Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video meinerseits. Heute behandeln wir weiterhin das Erwärmungsgesetz. Dazu werden wir uns in diesem Video die Versuche aus Ansehen und Auswertungen vornehmen. Die Vorüberlegungen und den Versuchsaufbau findet ihr im vorherigen Teil zum Erwärmungsgesetz. Wir werden dabei auch ein Arbeitsblatt ausfüllen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Zuerst sehen wir uns an, ob es einen Zusammenhang zwischen zugeführter thermischer Energie WTH und Temperaturanstieg Delta Theta gibt. Wir werden nun Wasser mit einer Masse von 0,300 Kilogramm bzw. 300 Gramm erwärmen. Wie ich schon im letzten Video erwähnte, wird nun die Zeit und die Temperatur gemessen. Ich nehme schon mal vorweg, dass unser Wasser zu Beginn eine Temperatur von 20 Grad Celsius besitzt. Schauen wir uns nun den Versuch etwas beschleunigt an. Ich werde dabei die Messwerte einblenden. Keine Angst, sie werden nachher nochmal gezeigt, dann könnt ihr sie auf Arbeitsblatt übernehmen. Hier seht ihr die Tabelle noch einmal fertig ausgefüllt. Alle 20 Sekunden wurde dabei die Temperatur eingetragen. Da es uns aber ja nicht um die Temperatur, sondern um den Temperaturanstieg, also Delta Theta geht, wird dieser nun in der nächsten Zeile berechnet. Dazu müssen wir von jeder Temperatur die Anfangstemperatur von 20 Grad Celsius abziehen. Zudem benötigen wir noch die zugeführte thermische Energie. Diese berechnet sich aus der Zeit mal der Leistung des Tauchsieders. Am Anfang wurde natürlich noch keine Energie zugeführt. Nach 20 Sekunden kann man die Energie mit P ist gleich W mal T, also 0,31 Kilowatt mal 20 Sekunden gleich 6,2 Kilojoule berechnen. Und so verfahren wir nun mit jedem Messpunkt, also 3,1 mal 40, 3,1 mal 60 und so weiter und so fort. Und so kommt man auf die folgenden Werte. Für unsere Auswertung sind nur noch die letzten beiden Zeilen der Tabelle interessant. Gibt es hier einen Zusammenhang? Beide Werte steigen. Beide Werte steigen. Es könnte sich also um eine direkte Proportionalität handeln. Diese weist man nach, indem man den Quotienten bildet. Man teilt hier immer unten durch oben, also Wth durch Delta Theta und schaut, ob in etwa immer dasselbe herauskommt. Man spricht auch von Quotientengleichheit. 0 durch 0 kann man natürlich nicht berechnen. 6,2 durch 5,1 ist 1,2, dann 12 durch 10,1 und so weiter und so fort. Ich beschleunige diesmal hier etwas und stelle fest, ja, im Rahmen der Messgenauigkeit kommt immer dasselbe heraus. Das heißt, wir haben ein Ergebnis, nämlich Wth durch Delta Theta ist konstant und daraus folgt, dass Wth direkt Proportional zu Delta Theta ist. Erster Versuch Check. Kommen wir zur Numero Duo. Dieses Mal wollen wir schauen, ob die zugeführte Energie in einem Zusammenhang zur Masse des Materials steht. Wir nutzen hierzu wieder Wasser, einmal 0,3 und einmal 0,6 Kilogramm und schauen, wie viel Energie man für den gleichen Temperaturenstieg, hier 10 Grad Celsius, benötigt. Zu Beginn hat das Wasser in beiden Gläsern eine Temperatur von 20 Grad Celsius. Los geht's. Bei 300 Gramm Wasser hat es 38, bei 600 Gramm Wasser 78 Sekunden gedauert, bis die Temperatur sich um 10 Grad erhöht hatte. Nun müssen wir wieder Wth berechnen. Für 39 Sekunden sind dies 12 Kilo Joule, für 78 Sekunden 24 Kilo Joule. Für uns interessant sind nun wieder die beiden unteren Zeilen der Tabelle. Es sieht wieder nach einer direkten Proportionalität aus, da beide Werte steigen. Nebenbei möchte ich bemerken, dass zwei Messwerte in der Praxis nicht sehr aussagekräftig sind. Aber um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, belasse ich es bei den beiden. Wir prüfen also wieder nach, ob eine direkte Proportionalität vorliegt, indem wir Wth durch M berechnen. Und siehe da, es kommt immer das gleiche raus, also Wth durch M ist konstant, also ist Wth direkt proportional zu M. Zweiter Versuch Check. Kommen wir zu Nummer 3. Hängt die Erhöhung der Temperatur auch vom Material ab? Wie ihr seht, ist die Messwerttabelle bereits ausgefüllt. Den Versuch zeige ich nun trotzdem. Im Prinzip handelt es sich nochmal um den ersten Versuch. Nur anstatt 300 Gramm Wasser werden nun 300 Gramm Öl erwärmt. Ich habe für diesen Versuch bereits Delta Theta und Wth berechnet. Die anderen Zeilen habe ich der Einfachheit halber weggelassen. Dieses Mal wird der Versuch grafisch, nicht numerisch ausgewertet. Dazu zeichnen wir in das unterstehende Quadrantensystem einmal den Versuch 1, also die Erwärmung von 300 Gramm Wasser, und einmal den Versuch 3, die Erwärmung von 300 Gramm Öl ein. Die Messwerte vom Wasser habt ihr bereits weiter oben auf dem Arbeitsblatt. Ich blende sie hier nochmal kurz ein. Zur besseren Unterscheidung werde ich jetzt zwei verschiedene Farben verwenden. Wasser wird blau und ölgelb. Für das Eintragen der Messwerte gilt, 2 mm entsprechen einem Grad Celsius auf der x-Achse, genauso entsprechend 2 mm einem Kilojoule auf der y-Achse. Zwei untereinander liegende Zahlen ergeben einen Messpunkt. Wir starten mit Wasser, mit dem Punkt nur 0, also x der obere Wert und y der untere Wert. Dann zeichnen wir den Punkt 5,1 und 6,2, am besten auf ganz gerundet ein, und so weiter und so fort. Verbindet man die Punkte, so erhält man eine Ursprungsstrecke. Dies ist jetzt sehr verwunderlich, da wir eine Ursprungsstrecke im Diagramm eine direkte Proportionalität zeigt. Dies hatten wir zuvor schon rechnerisch nachgewiesen. Genauso verfahren wir nun mit den Messwerten von Öl. Auch hier ergibt sich eine Ursprungsstrecke. Allerdings ist die Ansteigung deutlich geringer. Das heißt, man benötigt weniger Energie, um Öl zu bewärmen, als Wasser. Allgemein kann man sagen, dass die Zertemperaturerhöhung benötigte Energie vom Material abhängig ist. Wie unsere drei Versuchsergebnisse nun in einem größeren Zusammenhang stehen, sehen wir uns im nächsten Video an. Du hast noch nicht weggeklickt? Das kann nur eins bedeuten, dir gefallen unsere Videos. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann klick doch mal hier, da gibt es noch weitere Videos. Oder du abonnierst gleich unseren Kanal. Wir würden uns total freuen. und du mal hier mal rauslangen. Danke dir. Danke dir.